Ich habe mir gerade bei einem Chinesen Fisch und Chips geholt. Das werde ich jetzt gleich essen hier am See. Und ja, jetzt erzähle ich euch mal erstmal wie Kajaken war. Also das Kajaken am Milford Sound war mega geil. Viel besser wie Top Full Sound. Wir haben Robben gesehen. Und haben, glaube ich, vier Stunden Kajak gefahren. Ja, und die Bilder dazu könnt ihr euch jetzt mal angucken. Guten Morgen. Wer immer glaubt, als Backpacker kann man ausschlafen. Stimmt nicht. Bin heute wieder um sechs Uhr aufgestanden und warte jetzt auf meinen Shuttle, der mich zum Milford Sound fährt, um da zu kajaken. Das war's. Das war's. Ich hab's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020